Leute, ich wurde schon wieder von der Polizei kontrolliert. Diesmal habe ich sogar Videoaufnahmen und es ist relativ sicher, dass die Polizisten dieses Video hier sehen werden. Also erstmal an die zwei, die mich kontrolliert haben. Ja, Spoiler, ich habe euch in einer Sache angelogen, ich habe schon mal Drogen konsumiert. Oder vielleicht sind auch alle Videos auf diesem Kabal-Fake. Das Coole daran, dass ich schon wieder kontrolliert wurde, ist, dass ich direkt einige Dinge ausprobiert habe, wo ich mir vorgenommen hatte, aufgrund der letzten Erfahrungen anders zu machen, um zu schauen, ob die Polizisten dann beispielsweise keinen Drogentest von mir wollen. Ich glaube, ich zeige einfach mal die Aufnahmen von der Polizeikontrolle. Ich bleibe jetzt einfach mal entspannt. Nein, ich bleibe hier jetzt ganz kurz. Das können wir auch jetzt machen. Was ist uns klärt? Was machen wir erst? Damit... Nein, so peinlich würde nicht mal ich mich verhalten. Keine Sorge, die richtigen Aufnahmen kommen noch. Erstmal muss ich erzählen, was passiert ist, bevor ich losgefahren bin, denn das ist für die Polizeikontrolle sehr relevant. Beim Video von der letzten Polizeikontrolle sage ich ja, dass ich mir zu 100% sicher war, dass der Drogentest negativ sein wird, weil es da wirklich verdammt lang her war, dass ich da das letzte Mal konsumiert hatte. Hier war allerdings mein letzter Konsum nur eine Woche her, weil ich bei der Wohnungseinweihungsparty von einem Homie ein Gramm Kratom genommen hatte und zweimal an einem Vaporizer gezogen hatte. Und ja, es war wirklich nur ein Gramm Kratom und zwei Züge am Vape. Einige Zuschauer denken immer aufgrund des Kavals, dass ich total viele Drogen nehme. Ich konsumiere allerdings wirklich selten und meistens in geringen Dosierungen. Und ich fahre niemals berauscht Auto. Ich fahre noch nicht mal mit einem Urin in mir, der positiv auf Drogentests anschlägt. Weil ich eben wusste, dass ich vor einer Woche an einem Vape gezogen hatte und THC ja bekannt dafür ist, dass es manchmal länger im Blut ist, habe ich vor der Fahrt einen Urin-Drogentest gemacht. Solche Tests kann man ja überall kaufen und da habe ich immer einen zu Hause. Der erste Test hatte irgendwie nicht richtig funktioniert, sodass ich fast einfach ohne Test gefahren wäre. Aber ich bin froh, dass ich ihn dann zur Sicherheit nochmal gemacht habe, denn beim zweiten Versuch ging der Test und war für alle Drogen negativ. Das heißt, dass ich auch bei dieser Kontrolle wusste, dass der Urin-Test zu 100% negativ sein wird. Alle Polizisten, die das Video hier schauen, können sich das vielleicht direkt mal notieren. Der Führerschein ist mir heilig und aus diesem Grund mache ich immer einen Urin-Test, bevor ich Auto fahre, wenn ich Restbestände im Blut nicht ausschließen kann. Also bei mir braucht ihr meine Zeit nicht mit einem Urin-Test verschwenden. Ja, das wird jetzt dafür sorgen, dass ich nie mehr einen Urin-Test machen würde, ja. Jedenfalls war es circa eins in der Nacht, als ich mich mit dem Auto auf nach Frankfurt machte, weil ich da am nächsten Tag ein Geschäftstreffen hatte. Da ging es um ein sehr geiles Projekt, wo ihr auch alle bald davon profitieren werdet. Jedenfalls kurz nach zwei drängte sich ein Polizeiwagen vor mir auf die Spur und dann kam nach etwa zehn Minuten die Bitte folgen Leuchtschrift und ich folgte der Polizei auf eine Tankstelle. Sie verlangten dort meinen Führerschein und meine Fahrzeugpapiere. Diese habe ich direkt hergezeigt. Dann kam natürlich die klassische Frage, wann ich das letzte Mal Drogen genommen habe, was ich alles verneint habe. Als nächstes hat der eine Polizist noch einen Test mit der Lampe gemacht, um zu schauen, ob ich high bin. Anschließend fragte er mich, ob ich mit einem Drogentest einverstanden wäre und wie in meinem letzten Video schon angekündigt, wollte ich es diesmal probieren, indem ich erst mal Ja sage, weil sie ihn dann ja manchmal gar nicht wirklich machen. Also sagte ich, dass ich einverstanden wäre und als sie ihn dann wirklich durchziehen wollten, habe ich mich dann doch geweigert und gefragt, ob jetzt bei dem Augentest irgendwelche Auffälligkeiten waren. Dies verneinte der Polizist, weshalb ich fragte, was denn jetzt der Anhaltspunkt ist. Anfangs hat er nichts wirklich Präzises gesagt, weshalb ich dann angefangen habe, mich ziemlich aufzuregen. Dieses Aufregen hat er dann kurz darauf als Indiz für meine eventuelle Berauschtheit genommen, obwohl ich halt anfangs völlig cool war. Das Ding ist halt, dass ich aufgrund des vorherigen Tests wusste, dass er negativ sein wird und ich mich daher als Unrecht beschuldigt gefühlt habe und daher auch keinen Bock hatte, den Urintest zu machen. Erst recht war mir bedenkt, wie das das letzte Mal lief, wo der Polizist mir direkt auf den Kork geschaut hat und den Lümmel dann nochmal sehen wollte, als der Test schon negativ war. Wobei ich bei der Kontrolle den Verdacht eher nachvollziehen kann, als bei der letzten Story, weil ich hatte an dem Tag bereits etwas geschwitzt und hatte mir dann vorgenommen, entspannt im Hotel zu duschen. Leicht verschwitzte Haare haben halt schon so den Drog-Vibe. Außerdem hatte ich diese fucking Hose hier an. Das war auch so ein bisschen so eine bewusste Entscheidung. Vor dem Losfahren habe ich mich die Frage gestellt, ob ich noch eine vernünftige Hose anziehen soll, aber weil ich wusste, dass man mir nichts anhängen konnte, dachte ich mir, dass diese Hose bei einer Polizeikontrolle irgendwie witziger wäre. Bei meiner Frage, was an mir denn auffällig ist, hätte der Polizist einfach sagen sollen, deine Frisur und deine Hose. Es kommt auch immer dazu, dass ich ADHS habe und diese unruhige Art immer als Drogenkonsum gewertet wird. Siehe mein Video von letzter Woche, wo sich ein Großteil der Kommentare nur darum dreht, dass ich die ganze Zeit meine Arme reibe und irgendwie high sein muss. Es ist einfach sehr schwer für mich still zu sitzen, aber ich werde daran arbeiten und hoffe, dass es bei den nächsten Interviews besser ist. Ich war da wirklich nüchtern, so wie bei allen anderen Interviews auch. Das Einzige, wo ich nicht zu 100% nüchtern war, ist mein Amazon Drogengadgets Video. Da hatte ich kurz vorher etwas DMT gewabed. Jedenfalls empfahle ich den Polizisten schließlich, auf YouTube mein Video anzuschauen, in dem ich von meiner erst kürzlich stattgefundenen Polizeischikane erzähle, weil sie dann verstehen würden, warum ich so aufgebracht bin. Der Polizist sagte dann, dass er hier niemanden schikanieren wolle, sondern nur durch solche Kontrollen Unfälle verhindern, worauf ich ihm dann vorgeworfen habe, dass sie es doch nur darauf angelegt haben, Leute, die vor drei Tagen gekifft haben, mit einem positiven Test zu erwischen, obwohl diese nicht berauscht sind und somit kein erhöhtes Unfallrisiko darstellen. Und ja, ich finde, man sieht an diesen Videoaufnahmen ganz gut, wie aufgebracht ich war, wie ich da so rumgehe die ganze Zeit und einfach nur am Ragen bin. Wie beim letzten Mal wollte ich dann erst auf einem Bluttest bestehen, aber da meinten sie dann, dass ich dann mit deren Auto mit auf die Wache fahren muss, um mir dann ein Taxi, das ich selbst zahle, zurück zur Tankstelle zu nehmen, um zurück zu meinem Auto zu kommen. Daher bin ich wieder eingeknickt und habe den Urintest gemacht. Dabei waren diese Polizisten deutlich korrekter als die Cops vom letzten Mal. Die haben mir nicht auf den Kock geschaut und zum Glück konnte ich da auch direkt pinkeln. Der Test war dann negativ. Wer hätte das gedacht? Anschließend empfahle ich den Polizisten, sich auf Leute zu konzentrieren, bei denen der Rausch offensichtlicher ist. Sie sind ja schließlich lang genug vor mir hergefahren, um zu wissen, dass ich sicher ein Auto fahren kann. Also bevor die mich rausgezogen haben, sind die locker 10 Minuten vor mir hergefahren und zwar auf so einer sehr engen Baustellenautobahn, wo es aufgefallen wäre, wenn meine Fahrfähigkeit eingeschränkt wäre. Weil ich ja vorher das Video von der vorherigen Kontrolle erwähnt hatte, fragten die Polizisten auch, was ich denn für einen Kanal auf YouTube habe. Als letzte Worte habe ich dann gesagt, dass ich einen Kanal über psychoaktive Substanzen mit dem Namen Open Mind betreibe und dass sie gerne mal reinschauen können. Und ich denke, dass sie das tun werden, um zu schauen, ob ich hier ein Video zu diesem Vorfall hochlade. Ja, und hier ist es. Hier ist das Video. Ja! Sie haben mich beim Weggehen auch gefragt, ob die Dashcam lief, was ich verneinte. Das war auch tatsächlich eine ehrliche Antwort. Mir ist dann erst beim Weiterfahren eingefallen, dass mein Auto sowas vermutlich automatisch aufzeichnet. Leider ohne Ton, aber den dürfte ich aus rechtlichen Gründen sowieso nicht zeigen, selbst wenn ich ihn hätte. Alles in allem muss ich sagen, dass ich zwar ein paar Meinungsverschiedenheiten mit den Polizisten hatte, aber die waren schon relativ korrekt. Die haben sich wirklich auch höflich verabschiedet und waren durchgängig freundlich und haben mir nicht auf den Kork geschaut. Es hat ihnen nichts ausgemacht, dass mein Test negativ war. Die vom letzten Mal waren sich ja meines Konsums so sicher, dass ich noch nicht mal gehen durfte, als der Test negativ war. Die waren richtig beleidigt und eingeschnappt, weil sie sich so sehr gewünscht hätten, dass mein Test positiv war. Also Grüße gehen raus an die zwei Polizisten. No hard feelings. Wie auch beim letzten Mal, würde ich auch Sie beide herzlichst einladen, hier zu mir nach Hause, um ein Interview zu führen. Ich biete sogar 200 Euro pro Person als Gage und ich würde dann beispielsweise Fragen stellen, wie wäre es auch ohne diese Hose zu einem Drogentest gekommen? Gäbe es irgendwas, was ich tun oder sagen hätte können, um mir den Test zu ersparen? Ich habe auch schon direkt Vorsätze für die nächste Polizeikontrolle. Es wird ja immer von Rechtsanwälten dazu geraten, dass man nie was von seinem ehemaligen Drogenkonsum sagen soll. Das hat mir scheinbar bis jetzt nichts gebracht. Deswegen werde ich beim nächsten Mal einfach schauen, was passiert, wenn ich direkt die Wahrheit sage und sowas sage, wie dass ich vor ein paar Monaten eine bestimmte Drogenkirche genommen habe und wenn sie dann sagen, dass ich den Drogentest machen soll, packe ich meinen eigenen Drogentest aus und sage, dass sie bitte auch einen Drogentest machen sollen. Der Projektor 3000 war zwei Monate lang ausverkauft. Seit heute ist er wieder auf Lager mit neuen Features. Es gibt mehrere Musikmodi und es gibt jetzt auch einen mit blauem Laser. Eine sehr schöne Ergänzung zu dem mit grünen Laser. Grünem Laser. Grünem Laser. Ich kann auch gerade kein Videomaterial von dem mit blauem Laser einblenden, weil ich den von mir gerade nicht finde. Es sieht aber sehr gut aus. Ich verspreche es. Es ist eine sehr coole Art, diesen Kabal hier zu unterstützen. Im angepinnten Kommentar habe ich einen limitierten Rabattcode gepackt. Ob ihr diesen Rabattcode überhaupt benutzt, ist natürlich euch überlassen. Ja, jetzt wurde ich zweimal innerhalb kurzer Zeit von den Korps kontrolliert. Jetzt weiß ich ganz genau, wie es ist, schwarz zu sein.